Hi Leute, willkommen zurück zu Plasmeos. Wir schauen uns heute mal an, wie man den Schlüssel zur Kammer des ältesten Bruders verwendet. Der ist nämlich hier und da gibt's natürlich dann entsprechende Tür, wo der reinpasst und ich zeig euch jetzt wo die Tür ist. Die ist nämlich hier ganz oben, wo ich das schon blau markiert habe und da gehen wir jetzt einfach mal hin. Dazu am besten nach Albero teleportieren. Jetzt mal gerade wo ich hier bin. Ah ok, ich gehe jetzt einfach mal rüber, teleportiere mich da hin und dann kann man den Schlüssel dort verwenden. Mal schauen, was uns da in der Tür erwartet. Das weiß ich selber noch nicht. Gehen wir einmal hier rüber, hier zum Aufzug. Da ist er auch schon. So, einmal hoch. Und jetzt kann man sich hier rüber teleportieren. Hier war das glaube ich irgendwo. Gehen wir einmal hier durch komplett. Dann rüber zur Hand. Dann nach Albero. Das haben wir hier. So, von Albero aus kann man dann den Fahrstuhl benutzen, um hier hochzukommen. Müsste eigentlich so sein. Gucken wir grad noch mal schnell, ob er hier was will. Ne, naja, hab nichts zum abgeben gerade aktuell. Dann einmal hier hoch. Dann einmal hier hoch. Und den Fahrstuhl benutzen. Friedhof auf den Gipfel. Da müssen wir hin. Und zwar genau hier rüber. Hier. Hier müsste das eigentlich jetzt irgendwo sein. Gerade noch mal gucken. Moment. Das ist der Fundort. Hier könnt ihr ihn kaufen. Und die Tür dazu ist relativ am Anfang. Weil hier einmal hoch geht. Nach Albero wieder zurück. So, dann müsste die hier so in dem Bereich sein. Gehen wir jetzt einfach mal hin. Okay. Das war irgendwie ein Bug. Oh, witzig. Durch. Durch. So, einmal durchlaufen. Durch. So, einmal durchlaufen. So, die Tür muss jetzt gleich kommen. So, die Tür muss jetzt gleich kommen. So, weiter hier. So, weiter hier. So, das ist schon geöffnet. Und hier könnt ihr das entsprechend einsetzen. Den Schlüssel. Den ihr da oben dann findet. Und ja. Da könnt ihr hier durchgehen. Und dann bekommt ihr hier ein wunderschönes Objekt. Ich möchte euch jetzt noch nicht an dieser Stelle verraten, was es ist. Aber da könnt ihr ihn auf jeden Fall einsetzen. Freunde. Gut. An dieser Stelle war es auch schon mit dem Video. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.